Hallo, ich bin Ronny Wagner. Ich möchte dir zeigen, wie man eine Guacamole macht, eine original mexikanische Avocado-Creme. Für die Guacamole empfiehlt es sich, Avocados zu nehmen, die sehr weich sind. Dafür ist die Sorte Hass sehr gut geeignet. Der Unterschied zur in Deutschland eher bekannten Vorherter-Avocado ist folgender. Allein die Farbe, man sieht es, lila Schale. Sie ist viel weicher, viel cremiger und lässt sich zum Verarbeiten für eine Creme natürlich viel besser benutzen. Vom Ablauf her, die Avocado schälen, den Tennisball großen Kernen herausnehmen und dann mit einem Löffel das Fleisch von der Schale lösen. Bei dieser weichen Avocado geht das sehr gut. Man hat das Fruchtfleisch, wenig Verlust. Zur besseren Verarbeitung der Avocado können wir sie jetzt ein bisschen klein schneiden. Dadurch, dass wir diese überreife Sorte haben, merkt man, dass sie sich sehr schnell schneiden, sehr leicht schneiden und dementsprechend auch drücken, was mit der Vorherter-Avocado leider nicht möglich ist. Und ein Gefäß geben. Und dann relativ zügig verarbeiten. Die Avocado hat den Nachteil, ebenso wie der Apfel, dass sie leicht oxidiert. Das kann man natürlich mit Säure verhindern. In dem Fall Limette passt hervorragend geschmacklich dazu. Nicht zu viel, damit es nicht zu sauer wird. Dann quetschen wir unsere Avocado erstmal ein wenig. Es kann passieren, dass auch bei dieser Sorte eine etwas härtere dabei ist. Wenn man die Probleme manchmal hat, mal noch ein, zwei Tage liegen lassen, da die Avocado ja nachreift. Und natürlich fehlen jetzt noch Geschmack. Es empfiehlt sich rote Zwiebeln zu nehmen, ist ein bisschen milder als die weiße Zwiebel, leicht süßlich. Knoblauch, ganz wichtig, bitte nur frischen Knoblauch verwenden. Koriander, ebenfalls nur frisch. Ein wenig Salz und ein wenig Pfeffer. Das Ganze nach Geschmack. Lieber nicht zu viel am Anfang. Nachwürzen geht immer. Geschmack rausnehmen, schwierig. So, fertig ist unsere selbstgemachte Guacamole. Eignet sich hervorragend zum Dippen für Nachos oder wie in unserem Fall für unser Farida-Gericht als Marinade bzw. als Soße. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de